Prinz Michael der Tritte und Prinzessin Monika. Mitglieder und Begleiter Heike Möller und Hedwig Mecke. So, mein lieber Prinz, du hast das Wort. Liebe Gäste und liebe Aktive, verehrte Vertreter auf dem Seniorenballgarten und der Stadt Kassel, Karneval, das ist keine Frage des Alters. Ob jung, ob alt, jeder feiert auf seine Weise. Wir freuen uns deshalb, heute mit euch hier zu feiern. Karneval, das ist Lebensfreude. Karneval, das ist die Freude an der Maritai. Karneval, das ist vielleicht auch die Erinnerung an schöne Stunden und Momente in eurem Leben. Heute und hier bieten euch Kasseler Karnevalisten ein Bundesprogramm und das live. Der Karneval startet jetzt richtig durch und wir wünschen euch, dass ihr mitfeiert. Vergesst für ein paar Stunden Kummer und Sorgen. Erfreut euch an den jungen und älteren Karnevalisten, die für euch heute aktiv sind. Auch der Karneval hebt in dieser Welt und Zeit. Wir als Prinzenpaar wollen mit den Mitteln des Vosinns versuchen, für Menschlichkeit und Verständigung einzutreten. Hört um unser Motto. Egal was du hast, woher du auch bist, was du im Herzen trägst, nur wichtig ist. Es regieren Kasseler jetzt in dieser Zeit Gemeinschaft, Spaß und Menschlichkeit. down. Ja meine Damen und Herren. Ja meine Damen und Herren.